Übung 3, da geht es um das erwähnte Maxing Out und das Prinzip ist folgendes, ihr müsst versuchen, die für euch optimale Picking Bewegung zu finden. Die ist für jeden verschieden und funktioniert folgendermaßen, ihr greift wieder irgendeine Note oder benutzt eine Leerseite und sucht die Picking Methode, die Bewegung, mit der ihr möglichst schnell picken könnt. Das heißt, meinetwegen, dann verlangsamt ihr die Bewegung, sobald ihr diesen Punkt gefunden habt, merkt euch die Bewegung, die Haltung, wie ihr das Plec haltet und woher die Bewegung kommt und benutzt genau die gleiche Bewegung immer wieder, wenn ihr Picking übt.